Und hier sind gerade ein paar Leute und da war halt Andy tot und hat mir halt 400 Punkte gedobt und ich war halt ein bisschen Wie kann man sagen Das hat mir halt ein bisschen leid getan und Was haben die Leute für Ranger5? Das ist lächerlich, das ist richtig lächerlich. Dreierteam oder was? Ja, ich bagge einen Block Ja, GG Das kommt im Pre- Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Solar Games. Auf dem Hörster mal mit dabei ist der DeadBritain Moin Ähm, auf SG7 und mit dem Resource Pack von EPGames ist dieses Legend Pack, seht ihr ja hier schon Und rennen wir beide jetzt einfach schnell zum Hiro aus Ja, ich glaub ich war nicht aufgeregt Und ich bin auch ein bisschen angekotzt, weil ich so ein paar Tausend Punkte runtergegangen bin und das ist nämlich einfach ankotzt so wichtig, sondern eine scheiß Aufnahme Und wie ihr auch schon hört, dass ich einfach so in Deutsch gerade rede, ja Ja Normalerweise mach ich ja eigentlich Videos, aber Da ich ja gesehen hat, dass ich jetzt zur Zeit wirklich viele deutsche Zuschauer hab Da hab ich mir immer gesagt, ja ok Ich mach mal ein deutsches Video wieder Und Geht los, ok Ok, gut Mach ich Kannst du hinten an dieser Hopperkiste da? Oh, der spammt der Junge, der hat doch auch keine Latt mehr am Zaun Ganz ehrlich Ok, gut Geh wohl, ich will mal merken Machs Chatreport? Ne Vielleicht gleich Aber Gott ey, was mit ihnen Ja, auf jeden Fall Wollte ich heute mal erzählen, wie ich diesen Dutch Britten, also aka Andy Heute Also nicht heute, aber wie ich den kennengelernt hab Und zwar war das so, dass ich mal so aufgenommen hab in der SG Runde genauso wie jetzt so Bloß alleine Und Da war es halt so, dass das Britten in meiner Runde war Und da war halt ein Team im Deathmatch Und Ja, das war halt dann sozusagen 2 gegen 1 normalerweise Und dann hab ich auch mal mit ihnen gerandom teamed Und Ich war sehr low Und dann hat mir halt Andy schön geholfen Also richtig gutes Richtig guter Teampartner halt das macht So, ne Hat mir halt geholfen Und hat die beide so richtig low gemacht Und dann waren die halt alle 3 auf einen Streich Und da wollte ich halt so, ähm Einen von den 3 töten Weil es sah aus, als ob Andy den fast getötet hat Hat er auch fast Und da wollte ich halt den Einen davon abschießen Aber Natürlich wen treff ich Den Andy treff ich natürlich So, und Dann hat er Er war halt One-Hit Hab ich halt getötet aus Versehen Und dann Wir waren ja nicht im T-Speak Er ist einfach geläftet Hat er gerade zu mir gesagt Er ist einfach geläftet aus der Runde Und halt wusste nicht, dass ich ihn getötet hab Weil Das könnte ja auch die anderen gewesen sein Weil so viele halt so auf ihn draufgekloppt haben Na und Da vorne sind gerade Leute Ich bin da, ich bin da Hinter dir war noch jemand Ich werde sterben Weil ich halt runter gesprungen bin Vom High aus Wieviel hast du das? Vier Der hat aber keine Rüstung Die könnten wir töten WTF Glitch Äh Häusen Speed 20% Achso Ich glaube auch Ja doch das gibt's Der hat 20% Speed Da eben Man kann doch hier so Getränke glitschen Nicht glitschen Weißt du wie man die macht? Der Map Ich äh Weiß wie man die Freierkampf macht aber nicht Für mich Da gibt's doch Zuckerrohr am Dings Zuckerrohr am Wer ist das? Ähm Und wie heißt denn das? Äh Luftschiff Genau Da gibt's der Zuckerrohr und da macht man Kuchen ein Hilfe, Hilfe Komm Ja Alter Der Typ mit ihm einfach Kannst du mich mal bußen? Darf ich den haben? Den Typen? Der hat Schuhe Junge, der backt bei mir Bei mir auch Gib mir deine scheiß Schuhe jetzt Komm Stirb doch Ach Er will nicht sterben Er will einfach nicht sterben Töt ihn Geht ihn mal Ich brauch die Schuhe Töt ihn mal bitte Achso ok Warum hast du dich getötet? Ach Komm jetzt äh An der Treppe kriegst du vielleicht einen Palt Soll ich dir das Jump-Hat-Hop? Ähm Weiß ich nicht Muss du wissen Ja Ja ich hab Schuhe So wo sind die Ey wo sind die Schuhe hin? Da Pass auf wer kommt hier noch Wo? Hier hinter der Ecke Da haben wir Nice Also Andi ist ein richtig guter Teampartner Er ist auch ein guter Highspieler Bist du eigentlich schon lange Highspieler oder? Äh geht so Hast du ne Hose für mich? Hose Hose Ich hab nur eine Lederhose Ich hab nur eine Lederhose Ich kann eine Schuhe machen Was ist? Oh da vorne Lass die Jump-Hit machen Geh du Äh alles zu fertig halten Okay Ähm So Habe ich gemacht Äh jetzt die Sorge Da ich stehen gerade Pass auf Pass auf Anni 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 bist du low? Was? Ja ich auch Ja ich auch Oder ich auch Oh Gott alter Sind wir schlecht Das ist schon Das grenzt schon an Ja was weiß ich, Alter Und dummheit Hast du nicht nen Spectator Oder warte mal Ich würd mal sagen leute Wir speeden das Game einfach mal ganz kurz Und Ja Ja das ist glaube ich Die ganze Zeit Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich wollte einfach nur ein deutsches Video machen, so, dass ich, ich möchte jetzt auch mehr Videos in Deutsch machen, weil, wenn die gut ankommen, also wenn das gut ankommt, dann mache ich auch mehr deutsche Videos. Äh, sorry, dass ich nicht so gut bin darin. Und, ja, Steinschelangeln? Ja. Okay, bist du ready? Dann go. Okay. Okay. Wie still ist er weiß? Okay, das hast du mich bekommen. GG. Ähm, ja. Ja, gut. Die Runde war jetzt nicht so die beste, aber, ja, gut, ich meine, hab ich gesagt? Ja, ist ja auch egal. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Dann, also, Dings hat keinen Kanal oder so, dat, Briton hat keinen Kanal. Und, ja, wenn's euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da, wenn ich, also, diese deutschen Videos euch gefallen. Das kann ich auch in den Kommentaren oder so lesen, wenn ihr so deutsche Kommentare oder so schreibt, so. Und, ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.